Aschers Leben So, das ist jetzt Aschers Leben So Zuerst ist mir Aachen in den Sinn gekommen, aber nein, Aschers Leben passt perfekt So Nehmen wir hier eine Windmühle, ne, ein Hanse-Konto Produktion, was bauen wir denn in Aschers Leben als nächstes, als eigentlich erstmal ein Monument Das Problem ist, wenn er noch nicht das entdeckt hat, dann leitet er jetzt Wenn er noch nicht das Dynamit entdeckt hat, dann leitet er jetzt glaube ich darunter Ich vergebe euch Ich vergebe euch So, ich will jetzt diesen Sieg noch weiter pushen Feind wurde bei der Stadt Brandenburg gesehen Welchen Feind habe ich denn noch? Oh, ist das Die Holländer kommen Nicht die Russen kommen, sondern die Holländer kommen Von denen ich ja mega viel Wie lange waren sie unterwegs? Ich meine Amsterdam liegt hier Das ist das Gebiet, was Holland so hat Und die haben mir vor Ewigkeiten den Krieg erklärt Und jetzt sind sie da Super Das nenne ich Effizienz Da kann ich jetzt nur den Kopf schütteln Jetzt sind sie da Jetzt sind die Holländer da Tja, die können halt nicht fliegen Aber wir können bald fliegen So, ich will jetzt noch wissen, wo es bei uns Öl gibt So, Pyrrhus, fall in deine neue Stadt ein Und jetzt sind die Holländer Ja, und hier ist genau das gleiche. Ich stelle hier, außer Reichweite, ich brauche da nur meine drei Artilleriegeschütze aufstellen und dann, ja, dann stelle ich hier noch zwei Schiffe hin. Und die können nichts dagegen tun. Absolut nichts. Zehn Runden lang im Widerstand. Wow. Das ist eine Weile. Ja. Ich frage mich ja, wann er sich noch mal dazu entscheidet, oder wann er es noch mal versucht, ein Friedensangebot zu machen. Ein großer Ingenieur wurde geboren. Schön. Den kann ich da hinten geben. Ich könnte in Memmingen natürlich. Ich könnte auch Schloss Neuschwanstein nicht in Essen bauen, sondern in Bremen. Aber ich würde es eigentlich schon gerne in Essen bauen. So, was ist denn hier? Polizeiwache. Frachter. Frachter. Süß. Entstellung bringen. Angriff. 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 Da, 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 da. Zweimal drehen, zweimal drehen, alle fallen um. Entscheidender Sieg. Wir können bis vor die feindliche Stadt. Was sind Sie denn im Prinzip hier, ne? Ich stelle die. Und da ab. Okay. Ausruhen. So. So. Sieggeber gerichten. So. Akbar. Ich kann, ne, ich kann kommende Runde schon wieder mit der, mit dem Beschuss der Stadt anfangen. Ah, der hat's schon schwer. Und ich hab jetzt Biologie. Oh, ich krieg jetzt Öl. Öl. Schauen wir mal, ob der mir nochmal ein Friedensangebot macht. Ja. Können wir so machen. Oh. So. Verbahnland. Ja. Und wir sind in der Moderne. Okay, wo ist überall Öl? Okay, wir haben... Da haben wir Öl, okay. Da haben wir Öl. 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 Da haben wir Öl, also hauptsächlich bisher im Wasser. Da haben wir auch Öl. Da haben wir Öl. Da haben wir Öl. Öl, Ölboot, ja. Öl. Albrecht wurde als Spion rekrutierend. Sanitäter. Kein Kampfangriff und Stellung ringen. Anfang zu feuern! Oh, ich glaube, diese Stadt hält. Weil war ich dem nicht so lang durch. Wie die vorherige. Eisenbahn. Also ich glaube, Rohstoffprobleme werden wir nie haben. Ich werde, wenn, dann immer noch Goldprobleme haben. Ja, Öl. Ja, Öl. Öl. Vor allem Öl in rauen Mengen. Hier oben. Da ist auch Öl. Aber ja, Öl ist etwas, da brauchen wir uns keine Gedanken machen. Das einzige, was da nochmal interessant wird, ist Uran. Das gibt es nämlich auch noch. Wow, er kommt mit Trieböcken. Nicht dein Ernst. Er kommt mit Trieböcken. Das ist in gewisser Art und Weise lächerlich. Das ist richtig lächerlich. Oh ja, also wir haben ewig viel Öl. Was wir auch alles noch modernisieren müssen. Und ja. Ich speichere ihn mal. Warte, ich will mal noch auf Demografie-Bildschirm gucken. Ja, wir sind überall 35, wir sind zwischen schon 35 Millionen. Griechenland ist auf dem letzten Platz mit 5 Millionen. Ansonsten ist es meistens Asubanipal jetzt. Der hat stark verloren. Von Punkten her sind wir bei 1500. Wenn die anderen, naja, Irokesen sind auch. Aber die Irokesen, die mögen uns ja. Die verlieren ja auch nicht ihr ganzes Zeug im Krieg gegen uns. Wir haben jetzt auch ewig viele Wunder. Wir haben jetzt glaube ich tatsächlich wirklich quasi die meisten Wunder. Oder eindeutig die meisten. So zwei Drittel oder so aller Wunder. Einfach weil der die alle gehortet hat in Aschers, in jetzt Aschers Leben. Interessanterweise. Das ist auch Assyrien. Okay. Er scheint aber nur noch eine weitere Stadt zu haben. Das ist sein Ende. Das ist sein vermutliches Ende. Wenn ich jetzt diese Stadt platt mache und mir dann hier den Weg durch die Berge zu seiner letzten Stadtbahn und diese dann ebenfalls noch vernichten und dann ist er weg. Dann ist doch er Geschichte. Er hat jetzt schon nur noch 300. 300 Punkte. Aber er hat uns den Krieg erklärt. Und er hat uns angegriffen. Wir schlagen nur zurück. Mit aller Härte. Und da lassen wir auch keine Gnade. Weil es ist ja nicht das erste Mal, dass er das macht. Es ist das zweite Mal. Beim ersten Mal hat er eine Stadt verloren. Beim zweiten Mal verliert er alles. Aber ja, das ist schon interessant. Die Demografie-Übersicht. Ja. Auf jeden Fall Snowball ist jetzt immer stärker für uns. Ist halt einfach so. Nur Gold ist weiter ein bisschen ein Problem. Was sich ein Problem, was sich hoffentlich auch noch löst. Lösen lässt. So. Na dann. Ich speichere jetzt mal. Bismarck. LP. Speichern. Speichern. Und ja. Damit war es das für diese Aufnahme. Und ja. Man sieht sich dann beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.